Ich bin meine Freunde und herzlich willkommen zu This Game is Real. Um was es geht? Wir wissen es nicht. Ob sich das jemals ändert, dass ich das weiß? Ich denke ja nicht. Okay. Ist das ein Early Access? Wir haben bis jetzt I am real. Okay. Geht schon los, Freunde? Der Stuhl ist auf mir fallen, finde ich kacke. Oh, haben wir einen Körper? Nice. Wir haben einen Körper. Entschuldigung. Leben mit anderen? Das wollen wir nicht. Titel? Text. 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 Okay, irgendjemand hat uns vergessen. Oh. Oh, Alter. Was ist los? Haben wir eine Party gefallen? Was ist das? Ist das ein Orb? Oh, der ist weg. Geil. Das ist interessant. Haben wir eine Party gefallen? Sind wir besoffen? Sind wir schon wieder mega klein. Da liegt eine Videocon... Können wir die nehmen? Wir können zoomen. Okay. Oh, hier liegt eine Batterie. Uh. Pick up. Okay. Haben wir Orte? Alter. Ich bin so klein. Ich kann auch sagen, warum? Was ist denn das mit diesen Videokassetten hier vorhin? Kann ich das... Kann... Kann ich das... Kann... Kann mir... Kreative Zeit und Liebe... Warum? Okay, es ist etwas suspekt, Alter. Die Steuerung ist etwas... Ey, Alter, wann hast denn du das letzte Mal geputzt? Was ist denn da los mit dir? Ich kann hier nichts nehmen oder bin ich einfach nur doof? Das Bild ist geil. Was ist das? Das ist unser Zauberstäbchen? Was ist das? Was ist los? Kann ich wieder zumachen? Nö. Warum solltest du tot sein, aber du bist es nicht? Oh. Oh. Horror classics. Yeah, Alter, da bin ich dabei. Ja, hallo. Okay, noch da. Hm. Komm hier. Uh. Können wir irgendwas machen? Okay. 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 Was ist denn hier nicht in Ordnung mit uns? Können wir nicht mal ein bisschen putzen? Leute, ich habe eine Stauballergie, das geht gar nicht. Oh, hier und damit. Können wir hier? Ich kann ja nichts machen. The Guardians. The Guardians. The Guardians. Telefon. Das ist ein walkie-talkie, das ist kein Telefon. Okay. Na, das verstehe ich aber darüber gar nicht, ne? Oh, wir können springen. Huh. Okay, aufs Bett können wir nicht springen. Warum eigentlich nicht? Ich mag es aufs Bett zu springen, Freunde. Macht Spaß. Oh, Mutti. Okay, noch. Was ist denn los mit euch? Oh, jo. Aha. Alter, was ist denn das für eine Winter? Okay, die ist zu, geil. Okay, wo? Oh. Oh. Was geht's denn hier? Hätte ich mich vielleicht doch mal informieren sollen. Ist das gruselig? Hä? Was ist das? Aha. Okay. Was steht hier? Dr. Hohenheim. The Douplement. Ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Oh. 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 Was hat er gemacht? Oh. Was sind denn das für so viele? Muss ich mit die angucken? Oh. Ich hoffe nicht. Steht nirgend so was drauf. Kindheitserinnerung. Oh. Okay. Hast du es getan? Hast du es getan? Was haben wir denn getan? Oh. Wir sind aber gesundheitsbewusst, Freunde. Oh. 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 Wir haben alle keine Ohren. Warum nicht? So. Okay. Was ist denn? Wir kommen hier nicht rum. Oh. 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 Das ist aber nicht richtig, Freunde. Ihr wisst, ich verstecke mich nicht. Wo denn auch? Wer kommt denn und wo? Oh, ich hasse das mit dem Herzschlag. Das mag ich nicht. Von wo kommt er denn? Hallo? Oh! Ey, Freunde, aber das ist mit dir nicht in Ordnung. Du bist sicher hier. Bleib hier mit uns. Mutti? Hallo? Oh, jetzt muss kein Herzschlag verkriegen, mein Freund, ne? Können wir unsere Hände waschen? Auch nicht. Gehen wir gefahren unschen. Was haben wir denn mit dem Mutti umgebracht? Was haben wir getan? Guck mal. Oh, ich liebe solche Batschis. Oh, wer putzen das, Leute? Was ist denn nur los? Oh, wir beruhigen uns. Wer soll denn das alles putzen, Freunde? Komm mal jetzt hier hin. Wer soll denn das alles putzen? Oh, Freunde. Hallo? Hallo? Da kommt jemand. Oh, hier ist die Batterie. Es ist schon ein bisschen unangenehm. So ist es jetzt nicht. Ich weiß noch nicht, um was es geht. Es baut sich halt ein bisschen auf, aber... Was ist das? Das ist doch kein Blut. Hallo, Mutti. Kann ich das andere nochmal sehen? Hallo? Hier, das Bett vielleicht? Das Bett ist es nicht. Jetzt kann man hier drauf springen. Juhu. Party. Ich verstehe es mir gerade nicht. Ich kriege jetzt auch gleich einen Herzenpark, weil ich habe wieder volle Kanne laut gestellt. Ja, servus. Ja, wer bist du denn? Hallo? Oh! Hätte ich mich verstecken sollen? Ich lebe ja noch. Oh, hier brennt's, Freunde. Hier brennt's. Äh, hallo? Wo ist denn der jetzt hin? Ich habe jetzt vier Batterien und freue mich. Und hier oben? Achso. Oh, freue mich. Das ist nicht gut. Was ist denn da los? Oh, hier? Oh! Oh! Hallo, Klotze? Was soll ich machen? Was ist hier los? Hast du es getan? Warte mal. Oh, Klassik. Das wissen wir ja schon. Was ist das hier? Das kann ich immer noch nicht lesen. Das verstehe ich nicht. Was muss ich denn machen? Was haben wir hier für ein Punkt? Ich kann hier irgendwie das Feuer löschen. Ich sehe jetzt hier was anderes. Ich habe Zitan. Was auch immer. Ja, ich brauche es. Kann ich in die Wanne springen vielleicht? Hm, ich kann das sogar. Hallo? Okay. So freue ich mich. Komm, find mir. Komm, finde mich. Ich habe etwas, was ich dir zeigen möchte. Ich komme. Ich eile. Checkpoint. Ach, du heilige. Und jetzt geht eine Tür. Komm, hier. Hallo? Ey, mach die Tür doch auf. Auf Spocken, Alter. Alter, verlieren wir unsere Ausdauer? Ehrlich? Oh, Wahnsinn. Wir können immer nur eine begrenzte Zeit rennen. Das ist schon unangenehm. Aber nur, weil ich halt... Ähm. Konzentration, Nora. Verdammte Axt. Ich erwarte halt Jumpscares. Oder so. Was ist da? Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Hallöchen. Oh, das ist ja voll putzig. Was ist da? Oh, da biegt ein Gras. Okay. Puh, ist das interessant. Ja, hallo. Oh, sind wir das? Entschuldigung. Ich dachte, uns renntiert gerade eh noch hinein. Es ist schon etwas abstrakt, ne? Ohne. Das ist interessant. Was anderes kann ich dazu gerade nicht sagen. Oh, hier ist was zu lesen. Hast du es getan? Ich habe gedacht, wir sind sicher mit dir. Du bist ein Monster. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Wenn ich schlafe. Du bist nicht das Monster. Sie verstehen nicht. Ich tue es. Aber ehrlich? Du verstehst nicht? Don't. Ey, nein. Warum? Oh. Okay, das ist nur eine Maske. Ist das eine Tür? Was machen wir? Geh mal durch die Tür. Geh mal weiter. Freunde, ich geh mal durch die Tür. Checkpoint. Jetzt war ich kurz erschrocken. Ich folge dir, Bro. Ich kann nicht rennen gerade. Hallo? Entschuldigung, Mr. Killer. Sie verlieren da ein bisschen was. Mr. Killer? Hallo? Hast du einen Keks für mich? Ich will gucken. Mr. Killer. Oh, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht zu nahe treten. Ist das ein Männlein oder ein Weiblein? Entschuldigung, Freunde. Ich verstehe, das geht gerade nicht. Gehen Sie mal weg. Oh, ich kann sterben? Echt jetzt? Oh, das finde ich aber doof. Entschuldigung. Wart. Entschuldigung. Hätte ich echt hinter dem Vogel bleiben sollen? Ernsthaft? Oh, Freunde. Okay. Ähm, hier. Okay, also, Stickman, Mr. Killer-Miller, wer auch immer. Don't touch it. Also, hinter ihm bleiben und nicht davor. Darf ich nicht noch irgendwo bei drehen? Huch! Oh, es ist noch zu. Weiter. Oh. Bitte um Verzeihung. Wo komme ich rein? Jo, okay. War das jetzt hier? Ne, ist jetzt die Badtür offen. Okay, ich bin safe hier. Woohoo. Freund ist hier Baden. Zack. Yep. Please close the door, friend. Immer hier Party. Ist hier Konfetti jetzt? Woo. Party on. Party on. Ich will sehen, wie sich das verändert. Hallo? Cool. Sind wir ein Mädchen? Oh, sind wir ein Mädchen? Kann das sein? Ne, wir sind nicht das Mädchen, oder? Sind wir das? Was ist denn diese vierte Batterie jetzt schon? Ich hab das schon total verdrängt. Ich hab da noch überall Batterien gelegen. He is coming for you. Wo war denn? Okay, hier ist es noch zu. Ah ja. Jetzt. Oho. Oho. Zeugt er mir? Jo. Ich hab hier einen Schlüssel. Mir fehlt noch eine Kack-Battrie, Freunde. Wo hab ich denn die? Wo war denn das? Hat das hier ein Bad? Ah, hier. Oho. Nächster Versuch. Woran das Checkpoints sind. Ich hab keine Ausdauer. Hätte ich doch eigentlich rein theoretisch da weiterspielen können, oder nicht? Ne? Oh, immer diese Ausdauer. Das ist anstrengend, Freunde. Oh, war ich jetzt nicht schnell genug? War ja gerade das Masken-Gesicht. Ich bitte um Verzeihung. Ich hab schon wieder keine Ausdauer mehr. Oh, ein Hüppchen. Oh, das ist so süß. Oh, was ist denn das für eine Hütte, wo wir hier eigentlich leben? Oh, keine. Oh, Hüppchen. Komm. Sie hat keine Ausdauer. Oder gehen wir jetzt mal hier weiter? Ha. Ja, damit. Okay, wir müssen definitiv durch diese Tür. Wer bist denn du? Okay, das war aber jetzt jemand anderes. Zumindest war die Größe jetzt anders. Wenn ich jetzt aber woanders lang gehe, glaube ich aber Gefahr, dass ich irgendwann ihm sowieso begegne. Und dann konnte ich doch nicht abholen, weil die alle in Kondition kommen. Oh, was ist eine Fußschiefstellung, mein Freund? Das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gesund. Komm mal hier mal abbiegen. Tschüss. Ich renne bestimmt sowieso gleich in den Spacken. Das finde ich geil. Oh, ich folge dir, ich folge dir. Geil. Okay, also diese Dinge finde ich echt mega cool. Keine Ausdauer mehr. Hallo. Okay, das ist unser Shop. Oh Gott, die Wächter. Checkpoint? Was denn für ein Checkpoint? Oh, wow. Nochmal Videos. Steht da drauf, das kann ich nicht lesen. Das ist der Hellbound Hurt. Und was ist das da? Der Geschichtenerzähler. Was geht's denn hier? Ich folge mal die komischen Dinge. Oh, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Aha. Ja, wo geht's denn hier weiter? Da bin ich gekommen. No, no, no. Bitte. Das war das nicht. Ich bin das Mädchen. Ich bin das Opfer. Da bin ich jetzt hier nicht vorbei. Was ist noch? Oh, hier. Badewanne. Oh, ich kann schon wieder nicht mehr rennen. Badewanne. Oh, das zieht aber klein. Guck mal, eine Hand. Da. Oh, scheiße. Upsi. Alter. Oh, boah, boah, boah. Boah, boah. Da hol ich mich nicht aufbettom. Ist ja doof. Äh. Also hier geht es um eine Tussie und ihr habt Kerl oder was? Oh, das ist ein schönes Acid, gefällt mir. Das ist really nice. Also Batterien kriegt man genug, kann das sein? Ja, damit bin ich ja gerade ein bisschen über... Von da bin ich doch gekommen, was ist denn das für ein Bullshit? Sicher bitte zurück. Zurück muss man nicht, weil geht nicht. Wo müssen wir denn hin? Ich verstehe das Gamecard nicht so richtig. Geht es hier drüben weiter? Aber wie? Wie komme ich denn da hin? Hallo Piepmatz? Damit gibt mir mal die Batterie vor. Hallo. Hoch! Wo muss man... Wie lade ich denn? Wie... Wie lade ich denn? Wieder hoch? Ah ja, okay. Hä? Entschuldigung, ich wollte sagen, kommen wir nicht so ganz... Komme ich hier rein irgendwie? Geht es hier drüben weiter? Wie komme ich denn darin? Ich bin gerade ein bisschen über die Marken. Oh ja, warte. Okay, wir kriegen ja mega viele Batterien. Den Mentor scheinen wir ja hier noch zu haben. Ich habe keine Ahnung. Wollen wir jetzt wieder zurück? Nö. Oh, das ist neu? Ist jetzt die A? Ist jetzt offen? Ist... Alter, es ist doch offen. Ich komme noch nicht durch. Der hat mir doch jetzt das Bild gezeigt. Es ist doch das... Ich bin immer hinter dir. Ja, ist doch noch. Nicht im Spiel, im realen Leben. Okay, I'm not alone. Oh, ich bin nicht alleine. Wir alle haben ein Auge auf dich. Lass uns die Kontrolle. Und es wird enden. Cool. Go look inside you. Go look inside you. Go look inside you. Was soll ich da sehen? Achso, in meinem Kopf. Interessant, ne? Ich weiß nicht. Hat das ein Thema hier? Bro? Genau da. Go look inside you. Wie denn? Kann ich ja noch irgendwas tun? Schau in deinen Kopf. Hey. Hey. Komm mal hier rein. Achso, da kommen wir auch nicht rein. Okay, hier steht immer das gleiche jetzt. Geh und schau in deinen Kopf. Hier ist immer noch abgeschlossen. Hier sind die Hände. Hier ist nichts weiter. Gibt's hier irgendwas zu holen? Gucken die alle an. Oh, ich hab gedacht, das kriegen wir schon. Oder Herzklopfen hier? Wieso denn? Hey. Meister, was los? Was muss ich hier machen? Kann man hier noch was triggern? Wo? Hier. Das habe ich nämlich gerade gesucht. Hallo. Ich gucke. Von der Seite vielleicht. Oh. Oh wait, what? Ich hab das doch vorher auch schon gesehen. Ich bin jetzt sehr. Oh. Das ist aber traurig, Freunde. Wie du es denn? Oh. Oh. Hallo, Entschuldigung, Entschuldigung, da bin ich. Guten Tag. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt zurück ins Bett. Hätte ich auch eine andere Entscheidung? Hallo? Hallo, Mr. Keller. Guck mal, da stehen zwei von den drei. Ne, zwei. Wie gehe ich jetzt zurück ins Bett? Ich komme jetzt hier nicht weiter. Fall asleep. Ja, mache ich so. Oh! Das war es schon. Okay, interessant. Haben wir es verstanden? Natürlich nicht. Aber... Ja. Ja. Ich fand es interessant. Es war mal... Ja. Mal was anderes. Wie fandet ihr das? Gebt mal ein bisschen Gummi dazu ab. Ich habe es nicht verstanden, wie immer. Das ist jetzt aber nichts Neues, aber... Ja. Es war interessant. Es kommt ja noch was. Mal gucken. Wir bleiben mal dran, würde ich sagen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann hoffen wir mich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.